Yo, Leute! Was geht ab? Willkommen wieder zu einer neuen Folge Super Smash. Heute haben wir wieder viele neue Karten mitgebracht. Das hier ist noch eine Original-Karte. Aufwärmphase. Ich guck nochmal, dass ich kurz nur unsere Mod-Karten reinmache. Das heißt, ich geh hier in die Raum-Settings, mach hier alle aus, bis auf die allerwichtigsten Karten, und zwar die Mod-Karten. Und dann können wir direkt eigentlich auch schon loslegen. Wuhu! Let's go! Okay, warte mal, ich geh mal hier hoch. Und dann muss man hier oben, ne? Bleibst du da unten einfach? Okay, pass auf, ich hab ne Idee, was wir machen. Mach mal, wie lange kann er überleben? Super Smash Edition. Super Smash Edition von wie lange kann er überleben? Alter, du hast ne Sniper, Alter. Ich hab ne Doppel-Sniper. Okay, pass auf. Und zack! Zack! Oh nein! Zack! Zack! Oh, oh, oh! Wow! Alter, ist voll schwer, dich zu treffen, aber es ist machbar. Alter, was passiert hier? Hilfe! Oh mein Gott, ich bleib stehen, ich bleib stehen. Oh! Jetzt hab ich dich, Alter, ich hab mich genau da, da getroffen. Oh mein Gott, das ist hier ein Laserstrahl. Ich glaube, man kann aber... Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie hoch geht das denn? Das geht ja mega hoch, Mann. Das ist ein Fahrstuhl einfach. Junge! Wow! Bist du oben? Alter, als ob du ne Panzer... Oh nein, ich bin runtergefallen! Ich mach hier mal den Dings... Ich mach hier mal den Raum kaputt. Oh, oh! Oh, oh! Das ganze Ding wird jetzt nur noch von dem gehalten, ne? Wui! Oh nein! Alter, ich hab an der Säule gehangen. Und ich... Ich häng fest! Ich häng unten fest! Okay, ich mach einfach mal den hier. Oh, oh! Oh, da bist du ja! Oh! Oh! Oh mein Gott! Hör auf, Schuttschilder zu bauen! Das ist Fortnite! Das ist einfach Fortnite! Das ist echt Fortnite! Okay. Oha! Oha! Hier kann man wieder hochfahren. Hier, komm! Ich hab nur ne Pistole, das reicht mir. Da oben bist du! Oh, oh! Oh, oh, oh! Guck mal, was ich habe! Ja! Nein! Oh mein Gott! Okay, komm her! Ich zeig dir mal, wie das Ganze aussieht. Oh, Junge! Ein Kist... Das ist einfach... Oha, Alter! Diese Bounce-Dinger sind richtig brutal! Wee! Es gibt gar keine Waffen! Doch, klar gibt's sie! Nein, es gibt keine Waffen! Oh! Oh! Mama Mia! Oh, Mama Mia! Weißt du, das ist so Mittelalter gegen Zukunft einfach. Demi Amore! Oh! Da hab ich's nicht mit dem Laser geholt! Oh mein Gott, was ist das denn? Oh! Guck, ich guck Lars zu. Wetten, der stirbt jetzt hier. Wetten, der kriegt es nicht hin. Okay. Ich bin auf einem drauf. Ach ja. Oh mein Gott, es ist schwierig. Aber... Oh mein Gott. Nein! Ich hab meine Dinger weggeworfen! Nein! Ich wollte diesen Turbinen-Dings haben. Oh mein Gott, ich hasse dich so sehr. Hier, flieg weg! Ha! Komm schon runter mit dir! Wenn du kommst nicht gegen die geballte Macht meines... Pass auf, ich mach... Oh! Ha! Du kommst nicht mehr aufs Haus drauf, gell? Alter, hör auf damit rum an! Hier, kannst du diese Schüsse hier haben. Hier sind die Blobs. Komm, Lars. Komm doch. Komm, ich geb dir mal ein paar Ballons dran. Oh! Oh mein Gott! Ja, das ist die Uzi! Du fliegst ja ganz weit weg, Mann! Du bist so weit weg! Kann ich die Sniper bekommen? Perfekt. So. Jetzt schmeiß ich mal hier diesen Föhn weg. Oh, da bist du ja. Oh mein Gott! Oh! Alter! Oh, aber hast du gesehen, wo ich hingeflogen bin? Oh mein Gott. Das ist der Zauberstab-Battle. Okay. Ich glaub, ich kann mit dir jetzt einfach so runterfallen und du bist unter mir, deswegen stirbst du. Oh mein Gott. Komm schon, runter. Runter. Nein! Du musst weiter runter als ich. Ich glaub, du musst unten bleiben. Ja, ich hab dich... Ja, aber das ist ja auch echt mega unfair. Ich hab dich einfach komplett unten gehalten, ne? Oh Gott, was ist das denn? Wow! Das ist auch so eine Dings-Teleport-Battle. Ah! Hey, was ist passiert? Ich bin aus der Map rausgekickt worden. Oh, lol. Oh, Schwert. Okay. Ah, das ist ein Dings. Ein Labyrinth ist es, ne? Ein Labyrinth-Battle. Wo bist du? Alter, ist das stressig, Mann. Das ist wirklich so... Ah! Lass den Schwertkampf machen, okay? Hast du auch ein Schwert? Ja. Okay, dann lass uns hier gegenseitig erschrecken. Ich hab auch einen Flammenwerfer. Vielleicht kannst du mich mit dem Feuer sehen. Hier, ich mach eine Feuerspur und du sagst mir, ob du das sehen kannst, okay? Kannst du das irgendwie sehen? Absolut nicht. Gar nicht. Okay, ich lege weiterhin Feuerspuren, sodass du mich finden kannst. Wie bei Hänsel und Gretel. Wie bei Hänselnen und Gretinnen. So. Hänselnen und Gretinnen. Alter, das ist schwierig. Oh. Das könnte aber auch interessant sein. Siehst du meine Feuerspur? Nee. Aber du darfst nur Schwert benutzen. Alter, hast du solche Sachen aufgestellt? Ah! Oh! Oh mein Gott. Alter, du hast dich einfach aufgespießt, Mann. Ich bin voll erschrocken. Oh Gott. Oh, guck mal, hier unten ist ein Konvei, ja? Oh, was haben wir denn da? Na, das ist aber interessant. Hier ist gar nichts hier oben. Wo bist du? Hier. Ich bin auferstanden. Und ich schieße dich mit dieser goldenen Pistole ab. Oh nein, ich bin runtergefallen. Die goldenen Pistole ist so cool. Oh, guck mal, hier sind überall... Oh! Hä? Du bist hier einfach durchgefallen. Das war einfach... Richtig entspannt. Du bist einfach echt komplett durchgefallen. Wie... Oh! Friss meine Minigun... Nein! Alter, ich liebe die Minigun. Die Minigun. Was ist das denn für ein Level? Oh, oh. Das ist ein sehr, sehr interessantes Level. Hier ist einfach ein Pixel. Oh! Wo ist der Pixel? Ich will den Pixel auch sehen. Oh, ein Pixel. Bam! Friss das! Was ist das denn? Guck mal, hier kann man auch reingehen. Oh, oh. Alter, hier sind die ganzen Waffen. Oh, oh! Nein! Warum hast du mich unsichtbar gemacht? Oh mein Gott. Oh Gott, diese Unsichtbarkeit ist so stressig. Komm her. Komm! Boooo! Was? Hast du mich jetzt einfach... Oh mein Gott, Boxkampf. Okay, jeder zwei Handschuhe. Nimm zwei Handschuhe. Ja. Okay. In die Ecke. In die Ecke. Jeder in die Ecke. Alter, meine Handschuhe backen. Guck dir das an. Meine Handschuhe greifen mich selber an. Okay, egal. Ich kämpfe mit Handschuhen hinterm Rücken. Oh mein Gott, ich habe einfach gewonnen. Bist du durchgelaufen? Ich bin einfach durchgerannt. Okay. Oh, ein Haus. Was ist das hier? Das ist ein Haus. Oh. Oh. Oh, das sind glaube ich diese... Oh mein Gott, was passiert hier? Roman! Was passiert mit mir? Oh! Alter, diese Dinger haben mich die ganze Zeit gerade gedreht. Ich hole dich richtig, ne? Ich schwör's dir. Irgendwas ist mit meinem Charakter kaputt. Aber ist okay. Ich krieg das hin. Oh. Oh nein! Der Laser ist halt so assi. Der Laser... Oh, du bist im Haus, gell? Jetzt darf ich dich wieder... Nee, ich bin draußen. Bist du draußen? Ja, aber ich gehe jetzt ins Haus rein und dann musst du Dings... Musst du versuchen reinzukommen. Okay, aber ich bin ja auch draußen. Warum sollte dann jemand von uns... Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Take a trip to my house... Aber du musst mich erst mal finden, ne? Du bist locker auf dem Dach. Nein, bin ich nicht. Take a trip to my house. My house. Oh! Siehst du aus, als ob ich auf dem Dach wäre, ne? Hier, ich bin der Typ mit dem... Oh Mann, Mist. Ich bin der Typ mit dem Laser. Oh, was ist das denn? Der Typ, der tot ist. Ja, fight! Okay, okay. Jetzt wird Papa sich erstmal heute ein fettes Nackensteak gönnen. Warum auch immer. Warum auch immer, gell? Was hat das damit zu tun gehabt? Du kleiner Futsi, du. Oh, oh! Da bist du! Aber guck mal, siehst du das? Ich hab ein Schild. Nein! Und ich hab ne... Und ich hab ne Turret gehabt, die du nicht barstet hast. Ah, ich falle! Oh, oh. Oh, tut mir leid. Ich hab dich da... Oh, komm schon! Ja! Hä? Warum stirbt denn keiner von uns? Wie lang wollen wir denn hier noch fallen? Wie lang fallen wir denn noch? Oh, ich hab dich in der Luft einfach zu hauen. Hast du gar nicht. Doch, natürlich. Ich hab dir so Dings Nackenscheine gegeben. Nackensteak. Heiß, heiß! Das wird heiß! Ich spiel Fortnite. Das brennt los, dein Haus! Du spielst echt Fortnite, gell? Ich komm jetzt nicht mehr raus, lol. Ich hab einfach dein Haus angezündet. Oh, das ist die Dings-Map. Die Container-Map. Container-Map. Okay, guck mal. Ich hab jetzt ne... Ich hab ne Knarre. Aber was willst du jetzt machen, wenn du... Was willst du machen? Was wollen sie machen? Guten Tag! Äh... Ich bin gerade konzentriert und ich ziele jetzt auf dich. Denn heute Abend gibt es Fisch. Ich ziele auf dich. Denn heute Abend gibt es Fisch! Ha! Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Nicht getroffen. Ich sag's dir, du hast Schnaps gesoffen. Oh! Oh, da hab ich dich mit den Portalen. Siehst du hier... Oh, Alter, jetzt musst du aber springen, du. Oh. Springen! Bist du schon tot, oder was? Ich bin richtig viel gesprungen gerade. Oh, du bist ja sehr viel gesprungen. Ah, das gute alte Eis-Level. So, jetzt kann ich mich endlich revanchieren. Eis? Hier gibt's kein Eis. Oh, da ist jemand ganz... Ich weiß, zu welcher Waffe du gelaufen bist. Aber ich habe kein Problem damit. Ich bin nämlich Dings... Der fliegende Roman Roman. Der fliegende Holländer bist du. Juhu, der fliegende Holländer... Oh. Oh, Barmermeer. Von hier oben kann man wirklich... Oh. Ai, ai, ai. Das sieht in Ordnung aus. Zack. Oh. Lars, du musst jetzt wirklich gegen den fliegenden OP-Holländer kämpfen. Ich weiß, du hast diese Laserwaffe, oder? Nee, habe ich nicht. Noch schlimmer. Aber ich hole die jetzt. Oh! Ich werde von den Dingern angegriffen. Aua! Warum greifen die denn mich an? Die sollen doch dich angreifen. Alter! Oh! Geholt. Okay, dann komm her. Oh, das ist wieder dieser Berg hier. Dieser Berg ist so stressig. Wer den Mount Everest zuerst beklimmt, hat beklommen. Ich bin runtergefallen, außer sehen. Ich bin heute unkonzentriert. Ich muss mehr Dings. Mehr Power. Mehr Konzentrationssaft trinken. Warte, ich habe hier... Ich habe hier Konzentrationssaft für dich. Nein! Oh mein Gott! Nein! Da habe ich dich hinteleportiert. Nein, keine Ahnung, Mann. Bist du jetzt nirgendswo? Auwe. Du warst nämlich zu und weg. Okay. Ich muss ganz kurz was sagen. In Fachkreisen nennt man dich auch einen Verlierer. Ha! Nimm dieses Smokebomb. Weck mal den Waffen. Gib mir eine MP. Oh Mann. Hast du hier etwa wieder geraucht? Eine Zigarette. Oh, oh, oh. Nein! Bitte, Mama, bitte, bitte. Nein! Oha, was ist heute los? Was? Oh mein Gott, hier. Das ist meine Karte. Vielleicht musst du deine Antiserien-Nutze aus Unterhose anziehen. Die ziehe ich jetzt gleich an. Jetzt zeige ich dir mal, wo der Dings, der Fuß hängt. Okay. Ich bring die Bude hier mal zum Brennen. Nimm das Eis. Ich breche das Eis. Und gehe mit Geld. Gehe mit Geld? Was? Gehe mit Geld nach Hause. Eine gute Weisheit. Ja, das ist echt so. Mein Dad hat immer gesagt, gehe mit Geld nach Hause. Komm ohne Geld nicht nach Hause. Jetzt kriege ich dich. Jetzt habe ich dich. Tut mir leid, du wirst jetzt angegriffen. Oh Mann, die Dinger sind so schlimm. Bitte! Die goldene Pistole hat dich geholt. So, und damit sind wir tatsächlich fertig mit unseren Kartenförder. Wuii, komm, komm her. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Falls ihr ja, gebt einen Daumen nach oben. Haut rein, Leute. Und ciao! Ciao! Ciao!